Und da sind wir wieder, war doch gar nicht so lahm. Barbara und Tete, kommt doch in die Mitte. Ja. Ihr seid nämlich dran. Willkommen bei Dancing on Ice. Oh ja! Da macht ihr beide natürlich mit. Barbara, du bist natürlich der Eis-Profi. Ruth Moschner. Nein, der Profi. Du bist der Eis-Profi. Ach so, okay. Ich bin der Eis-Kunst-Star und das ist der Profi. Okay, last thing. Und das wäre Ruth Moschner, ne? Tete ist der Prominente. Ja. Jetzt ist das Problem, Tete, ihr seid drei Minuten vor der Live-Ausstrahlung der Sendung und Tete weigert sich, die Hebefigur zu machen. Hebe ich oder werde ich gehoben? Das habe ich mich auch gefragt. Ich würde sagen, das liegt jetzt bei meinem, das könnte während dieser Szene herausfinden. Du musst jetzt jedenfalls Tete in einem Streitgespräch klar machen, dass es so nicht geht. Okay. Die kleine Hürde, die ihr nehmen müsst, ist, das Ganze geht von A bis Z. Also der erste Satz beginnt mit A, der letzte mit Z. Also ihr müsst durch das ganze Alphabet durch, immer abwechselnd. Und mal sehen, wer wen hebt, würde ich sagen. Ja, bitte. Also ich ziehe die Dinger nicht an, ich habe solche Blasen an den Füßen. Blasen? Ich fasse es nicht, wir machen das seit vier Wochen. Creme hast du nicht dabei, ne? Du, jetzt mal ganz im Ernst, ich habe wirklich was anderes im Kopf. Eis laufen? Wie konnte ich denn so einen Vertrag unterschreiben? Fernsehen? Du wolltest unbedingt zum Fernsehen, reiß dich zusammen. Geht das nicht ohne Eis laufen? Hast du mal einen Fuß? Ich nehme mal den Rechten zuerst. Ist schon besser? Ach nee, du bist dran. Ich nehme mal den Rechten zuerst, dann kommst du mich nicht an. Jetzt geh da raus und zeig's den Zuschauern. Kann ich noch einen zweiten Schlittschuh haben? Leasing-Vertrag ist abgelaufen, ich muss mal gucken. Meine Tasche steht da, genau. Noch einen gefunden, Gott sei Dank. Ist der eng, aber der passt. Passt gut. Quantensprung zuerst, dann den dreifachen Achsel, oder? Passables Ende am Ende, das wäre schön. Vorwärts ist einfach ein B. Rindberger! 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 Rindberger am Ende. Schöne Scheiße. Ich glaub, du hebst mich. Tatü-Tata, es geht los! Und wann kommt die Hebung? Verlangst du von mir, dass ich dich hebe? Wollen das nicht alle hier sehen? X-Mal habe ich mir schon mein Kreuzband gerissen und heute wird es wieder passieren bei dieser Figur. Ja, ist halt so, oder? So. Ähm. Zu schwer. Das ist ein Traum.